Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GeorgCV. Ja, meine lieben Freunde, es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist der wundervolle Samstag und ich habe einiges zu berichten. In dem heutigen Video, meine lieben Damen und Herren, geht es um Farid Bang, der einige Punkte von Bösemann widerlegt, bzw. widerlegen möchte. Und ich habe ein paar Leaks für euch wieder mal, oder beziehungsweise ein paar Informationen, die ich mit euch gerne durchgehen möchte. Zuerst mal, meine lieben Damen und Herren, gehen wir auf Fabré. Das ist das Signing von Bösemann. Der hat nämlich etwas sehr, sehr Interessantes in seiner Story hochgeladen, nämlich das hier. Wenn wir jetzt daran zoomen, oder ranzoomen, technisches K.O., möchten wir ganz kurz die Einzelheiten dieses, äh, diesen Songs eingehen und schauen, was da genau los ist. Denn wir sehen, der Interpret ist Farid Bang, ist klipp und klar. Aber, und jetzt kommt das Interessante, von wem wurde denn dieser Rap-Text geschrieben? Es wurde von Farid, das ist halt der ganze Name von ihm, genau, er heißt ja nicht Farid Bang, sondern Farid Hamid El Abdelawi, genau. Wusste ich zuerst mal gar nicht, dass er so einen langen Namen, aber okay. Und Johannes Löffler. Und das ist jetzt das sehr, sehr Interessante. Das heißt, der Text wurde nicht nur von ihm geschrieben, sondern er hat sich Hilfe gesucht. Genau. Produziert wurde es von Jotts Netz und Qualis Bang Music, genau. Und das Signing von Bösemann schreibt dann nochmal drunter, Ohne Ghostwriter gehst du flöten, du, da, 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 und markiert nochmal Farid Bang. Also mit anderen Worten, will ich nochmal klarstellen, mein lieber Sportsfreund, du kannst keinen Rap-Text selber schreiben, suchst dir irgendwo Hilfe, damit halt dir jemand Texte schreibt und du dann hier vor der Kamera so tust, als wärst du natürlich der Krasseste. Naja, das mal zu dem Punkt. Die weitere Story ist dann das Video von Bösemann, was verlinkt wurde, genau, was auch sehr, sehr viele Klicks bekommen hat. Aber das ist nicht jetzt nur das heutige Thema, sondern es gibt ein zweites Thema, nämlich Bösemann hat gestern einige Stories hochgeladen und das war das zweite, da markiert er immer wieder eine Facebook-Seite, über Facebook-Seite, eine Fanpage. Und die Fanpage hat dieses Foto von Farid Bang gepostet, das soll anscheinend bei Eric Schmitz oder Eckart Schmitz seiner Zeit gewesen sein, als Stricher etc. Und das ist von 2009, okay. Und wir sehen, es wurde wieder mal Farid Bang unten markiert und wir sehen das Foto von Farid Bang. Und jetzt kommt das Interessante, Freunde. Wir gehen auf Farid Bang und gehen in die Story, die Farid Bang hochgeladen hat. Das alles haben wir gestern schon gesehen, auch das. Und das ist jetzt das Interessante. Und jetzt gucken wir uns mal an, was er wieder geschrieben hat. Ich, papap, deine ganze Familie, deine Toten und deine Antwort ist Photoshop oder Photoshop, du Hund. Also er will sagen, ich habe deine komplette Familie beleidigt etc. Und was du machst, ist eine Story zu posten oder zu reposten von mir, die eigentlich Foto-Geschoppt ist, also die nicht mal real ist. Und dann, ich bin dein Vater, ganz unten, und dann sehen wir das Foto und anscheinend ist das das Originalfoto. Und das, was Bösemann gepostet hat oder was es im Internet halt gibt, auch was Ali Osman schon mal gepostet hat, auch was ich auf meiner Seite gepostet habe, soll anscheinend gefotoshopt sein. Und jetzt ist die Frage an euch, ist das das Originalfoto und das andere das nicht Originale? Ich gehe nochmal rein. Unter Suche Nochmal auf Bösemann Stoppen mal bis dahin und gucken uns beide Fotos an. Ihr seht, das sind die zwei Fotos und was soll ich sagen, Digga? Ich bin mega gespannt. Es kann ja auch sein, dass dieses Foto gefotoshopt ist und dass das nicht das Real ist, weil ich bin die Einzelheiten durchgegangen bei dem Foto, dass wenn das gefotoshopt ist, Digga, dann ist das schon richtig krank. und wenn das das Originale ist, lass es mich wissen in den Kommentaren, Freunde. Wenn wir jetzt weitergehen in der nächsten Story, sehen wir, ja, er postet seinen Song, der Platz 1 angesagte Musikvideos, der hat sogar Apache überholt auf Platz 2. Ist schon richtig krank, Freunde. Aber mir ist wichtig, wie gesagt, dass ihr eure Meinung in den Kommentaren wiedergebt. Was sagt ihr dazu? Findet ihr? Und jetzt ist die große Frage, das Foto ist gefotoshopt. Findet ihr, Farid Bang hat es geschafft, Bösemann zu widerlegen und gewinnt Farid Bang somit das Rennen oder kommt noch was sehr, sehr Hartes von Bösemann und wir sind noch nicht so geduldig. Schreibt mir das unbedingt in den Kommentaren. Das war es von mir, meine lieben Damen und Herren. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns, wenn es so will, heißt Mexikin Style! Peace!